Woche 39 Heilige Sorglosigkeit Die Sorge treibt einen an, zu arbeiten, den Lebensunterhalt zu verdienen, die Zukunft abzusichern, den Besitz zu mehren, damit man dann endlich einmal vermeintlich ruhig und sicher leben kann. Der Mensch ist nicht zuerst einer, der sich sorgt, sondern einer, der vertraut, der sich im Vertrauen auf ihn, der für einen sorgt, aufgehoben weiß. Die Heiligen verstehen den Menschen anders, nicht als einer, der sich prinzipiell Angst gequält zu Sorgen hat, sondern als einer, der vertrauen darf, als einer, der sich in Gottes wundersamer Lenkung vollkommen aufgehoben wissen darf. Denn ewig gilt der Grundsatz Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Matthäus 6,33 Es geht nicht darum, die irdische Existenz nicht sinnvoll und verantwortungsvoll zu planen und sich auch darum einzusetzen. Aber die Frage ist, worum es einem im Letzten geht. Und dieser Frage muss absolute Priorität eingeräumt werden. Die Menschen aber halten sie für einen Luxus, der man ja nachgehen könne, wenn endlich einmal alles andere geregelt sei. Und das wird natürlich nie der Fall sein. Der Blick auf die Wirklichkeit Radha Krishnas relativiert die Unendlichkeit der Sorgen. Die Götzen der Welt aber, die Bilder folgen auf der Leinwand des Geistes, An denen man sich sonst ängstlich festhält und sich festklammert, geben auch dann keine Ruhe, wenn man sich ihnen ganz ausliefert und alles zu besorgen versucht. Statt dem Vertrauen auf die Fürsorge Krishnas zu arbeiten, in Klammer Bhagavad Gita 9.22 Glaubt der Mensch voller Ängstlichkeit, alles hängt von ihm ab. Es ist die Angst, zu kurz zu kommen, in Klammer in einer ungerechten, das heißt gottlosen Welt zu leben. Nicht genügend zu haben, die ihn dann unruhig und außerhalb der Gelassenheit antreibt und umhertreibt. Diese Angst überschattet das Tätigsein. Arbeit wird dann der nervöse Ausdruck vom Entgegenstemmen der Existenzangst. Wenn einen die Alltagssorgen, die Absicherungspläne bis ins Gebet hinein verfolgen oder gar den Zutritt zum inneren Raum verbauen, in Klammer immer, mit der gleichen Ausrede, man hätte keine Zeit, dann zeigt dies auf, dass etwas in einem nicht stimmt. Dann leidet man an einer Prioritätenverschiebung. Ich kann nie verloren gehen in Krishnas Schöpfung. Und nicht einmal der Tod hinterlässt den kleinsten Kratzer an meinem Sein. Die Sorglosigkeit, die aus diesem existenziellen Aufgehobenheitsgefühl beruht, lässt einen sensibel werden für das Heilige gegenüber Gottes. Die Sorglosigkeit meint nicht, alle Probleme in den Griff zu bekommen, sondern auch Ja zu sagen zu dem Leben, wie es nun einmal ist. Ja zu sagen zu einer Welt, die natürlich unvollkommen ist. Letztlich Ja zu sagen zu Sri Krishna, der sich nicht nach menschlichen Vorstellungen zu richten hat, sondern welche der immer ganz andere und unbegreifliche ist. In der Bergpredigt spricht Jesus von Sorglosigkeit. Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Matthäus 5.25.27 Der bedingte Geist will das nicht verstehen. Er redet einem ein, es sei unverantwortlich, nicht für das Morgen zu sorgen. Es ist aber nicht Faulheit, das Umgehen der Auseinandersetzung mit Arbeit, und auch nicht ökonomische Naivität, sondern die erste grundlegende Transzendenz-Erfahrung. In Sri Krishnas perfekter Ordnung zu leben und von ihm getragen und erhalten zu werden, wenn man als Seele die eigene Wesensaufgabe angeht, Absorption in die Namen, Gestalt, Eigenschaften und in das Lila, Radha, Krishnas.